Eis. Diese Schönheit. Diese Anmut. Eis ist ein Wunder. Glaubt ihr vielleicht, ich schaffe es euch? Was ist das, was du willst? Ja. Ein, zwei Jahrzehnte noch. Und die Gletscher auf unserer Zugspitze sind weg. Meine Mädels brauchen neues Eis. Ist alle. Wir essen. Fahr ruhig. Ist schon okay. Da ist eigentlich nur hinten drin, was so schnell in Schwarzwald wo sind. Du hast eine Mission zu erfüllen. Ich gehe in die Kälte. Wann? Ich werde ein Profi. Der junge Mann hier, der bringt gerade einen Eisblock auf den Gletscher. Transportspotter, die kenne ich wohl. Ich werde es wie mein Vater machen. Ich werde alles über die Kälte lernen. Dann weiß ich endlich mal, wovon ich rede. Eisig. Er ist eiskalt. Lukas Glaser hat fünf Tage Zeit. Von der Bochumer Höhe von 100 Metern auf die 2.962 Meter zu bringen. Dein alter Herr war nicht immer Physikprofessor. Seine Jugend hat er Kältetechnik gelernt. Ich glaube an dich. Uns läuft die Zeit davon. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Lukas, mein Neffe. Muss immer erst was passieren, bevor man dich wieder sieht. Kein Neck-Mix-Fest, Alter. Eiskalt für Spitzel, der Junge. Hand dich her. Die süße Feuer ist also ernst. Ja. Was ist denn das für ein Typ? Eines Tages kleine Eisbabys haben. Ich glaub schon. Eis. Diese Schönheit. Die Seele sind. Ich bin stolz auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020